Oh. Äh. Äh. Na gut. Schöner Trade. Weil wir waren noch Level 1, also haben wir ihn trotzdem fast verloren. Viel zu viel Agro gerade. Oh nein, ich trolle. Oh mein Gott, ich hab getrollt. Schön. Denk hier stilig, wenn ich kann. Ach, muss das jetzt sein, Digga? Oh, er hat kein E. Nice. Oh, ich hab geboostet. Oh, halt ich jetzt mal noch für Q. Scheiße. Scheiße, hätte ich den... Lol. Ehre. War ganz gepflegt. Genommen. Ja, gut. Geil, Mann. Mixer ist hier. Uda. Uda, nicht in meinem Haus hier. Denkst du nur, weil du einmal Q drückst? Kannst du hier reingehen oder was? Oh, Bruder. Ich mach damage. Und ich hab... Ich hab 3k Gold. Meine Güte. Das läuft schon wieder viel zu gut. Oh, tschüssi. Toll. Toll, 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 toll. Das Ding ist, ich pick Sivir und jedes Game ist Minute 20 vorbei. Junge, habt ihr den Sinn von Sivir nicht verstanden? Stomp die scheiß Games mal weniger, bitte. Oh, da jetzt ein Q reinschmeißen. Oh ja, das wird juicy. Wie kostet denn der Mist 110? Nein, noch nicht finishen. Ich will noch ein Q reinschmeißen. Okay, jetzt könnt ihr finishen. Danke. In den letzten 20 Games 13 3 Stats mit Sivir. 81% Minimit. Chok! Ich will kurz pissen. Warte, während ich kurz pissen gehe, lasse ich natürlich noch dekadent meine Match History offen für alle neuen Ankömmlinge. Oh, scheiße. Ich weiß halt leider sogar, wie das Spiel funktioniert, weißt du? Bruder! Flasht doch nicht in mein Gesicht mit der Bombe! Ah! Oh, ich hab... Ey, jetzt hast du grad wirklich die ganze Zeit dealer. Ich muss flashen, oder? Nee. Ich hab dich. Ich hab getrollt. Hab ich. Alter. Teffel-Hulten-Ox, sind das auch da? Oh, ich hab meinen Space schon wieder getrollt. Was war denn? So ein Braune. Ich weiß nicht, warum ich geultert hatte. Ich weiß nicht, warum ich Space gedrückt habe. Ich glaub, der Atrox ist grad auf Base gegangen. Ist denn das halt hier? Ja, aber der Atrox ist Base. Der ist nicht mal da. Und wenn der Extendier-Turn will... Der App muss halt kaum noch sagen. Ich glaube nicht, dass der das Contestant-Connect nicht mehr... Ich meine, wenn er auf uns raufläuft, eh, der Nash ist oder halbes Leben verloren. Ja, jeder beim Drake ist. Können wir spielen, können wir spielen. Ich hab den Lucien. Geht auch nicht in den Raum. Flasht-Flash. W immer. Na, fuck. Kiel ist noch durchgekommen. Nee. Ich glaub, du hättest da nicht rüberflashten müssen. Ich weiß, ich merk's grad. Ah, der Atrox ist auch noch geflasht. Warte. Vielleicht mal ein bisschen greedy. Zeig mal den Fachkreisen dazu. Der Willen kommt. Oh, du schon auch. Lass weg ihn. Wir sind stärker. Ja, ich glaub schon. Ja, okay. Wir sind eindeutig stärker. Nice. Schöne Sache Mensch Was ist denn heute los hier du Es läuft ja richtig Ich glaube da musst du die Arbeit heute weglegen Ich arbeite doch gerade hart Siehst du das nicht Ja doch Stimmt Haben wir oder Äh Ultim 2 Kommst du hier Kommst du hier Äh Immerhin noch den Lucian Close Natürlich Ja ohne die Pickaxe Leute Ohne die Pickaxe hätte das alles nicht funktioniert hier Vorsicht Alarm Ey guck mal Was machst du da Als ob Das ist ja nicht mal knapp hier Nicht mal ein bisschen knapp Nee Ja easy Wenn ich jetzt 14 kriege Riot Wenn ich jetzt 14 Äh Krieg Dann werde ich Dota YouTuber Du bist Promo Radio 1 Master kommt bald Das wird richtig easy Ich bin tot Schön Warum haben wir die nicht gesehen Die Niederle Alright für dich Session Pesser Warum haben wir die Niederle nicht gesehen Hat wahrscheinlich noch Flash up Aber Ach komm Wird immer Trotzdem tot Willst du gneiden? Nee Ich wollte einfach Hatte ich jetzt keine Lust Meine Gneihe zu veröffentlichen Ja oder so Ich meine Hätte der Flash guard Wäre weggekommen Oder Fein Nice Warum jumpt die nicht zurück Dann hätte ich sie easy Hätte ich umgemacht Hätte ich peed Ne Okay Endlich Oh ich trolle Scheiße Hab noch gehabt Ich habe Töte Agro gehabt Keine Ahnung Die Kaiser macht so viel mehr Schaden als ich gerade Ist ja raus Das Kaiser kommt von Bist du safe? Denk mal dass ich ein bin Ja Oh mei 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 Das war der Autotag Stimmt Holy shit Ah Jetzt kriegen die Elder Dragon Hm Okay Nice Mitte Müssen die mithelfen Ne Stop nehmen Stop nehmen Top 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 Oh Ach schade Alter Ist ja Das ist jetzt gerade auch so Es fällt mir doch jetzt schwer Das ist jetzt wieder der Moment wo ich anfange zu zittern Das passiert mir in LoL echt selten Ich auch Ich glaube dass es weil mir kalt ist Sollten wir nicht fighten Ne sollten wir nicht Ne sollten wir nicht Oh boy Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Egal Jetzt hat mein Tornado noch Pass aufschauen Ah Sollen wir in der Mitte durch ran Probe ich noch den AD Trank Ja das ist mein Plan Bruder Aber die gehen Nash Die gehen Nash Also der ist in einer Sekunde weg der Nash Ja eben Wir können auch Mitte eh nix machen so Ich hab die Niederleben mit dem Tornado Warte kurz Warte kurz Warum trollen sie Warum trollen sie Oh man, oh das zählt jetzt, das zählt jetzt, das macht mich traurig.